Lass das, Jimmy, Bewegung! Los, ich gebe Feuerschutz! Ja, Sir! Wir haben sie festgelagelt! Ein Anführer. Los, auf jetzt! Los! Los jetzt, los! Hallo! Come here! Gibt's keine Befehle mehr, Arschloch! Oh, oh! Los geht's! Nicht so weit vorrücken, Lafayette! Na, kommt schon, kommt schon! Das war's! Nein, 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 nein! Okay. Wir haben kaum was bemerkt. Verdammt! Ich bin auf ihrer Seite! Echt? Okay. Dann bin ich ja zufrieden. Constable, ziehen Sie den Kopf ein! Jawohl, Sir! Die haben mich von unten im Visier! Ich weiß nicht, wie ich durchkommen soll. Ich sehe da unten nichts. Verflucht doch mal! Mist! Ab nach unten! Hä? Also doch! Schluss jetzt! Gib dein Spielzeug her! Nein, 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 nein! Lass gut sein! Hey! Gut gemacht! Wir sind auf Widerstand gestoßen! Die Rebellen sind besser bewaffnet, als wir dachten! Diese Markierungen, schon mal gesehen! Das ist von uns! Wo habt ihr das gefunden? Mir nach! Die Rebellen kriegen Waffen von... Was? Vom Rat? Mon Dieu! Hier ist genug Feuerkraft für eine kleine Armee! Einiges davon wurde für den Orden hergestellt! Die Grain hat sogar eine Bogenkanone gefunden! Was? Wir haben etwas von unserem Inventar verloren? Haben wir nicht! Hier, Hilfe mal damit! Mal sehen, was drin ist! Unterstützt der Orden die Rebellen? Oder was? Was habt ihr gefunden? Essex M86. Termitgewehr. Die sind erst seit ein paar Wochen im Einsatz. Was zum Teufel? Junge, ich bin verliebt! Was ist das für ein geiles Teil! Das hier ist nicht mal zugewiesen! Wie sind die Rebellen da dran gekommen? Das werde ich schon herausfinden! Äh, entschuldigen Sie, Sir! Man braucht sie hier oben! Unser Stichwort! Ich rieche eine Verschwörung! Ich glaube, Meutemoiselle benötigt unsere Aufmerksamkeit! Die Grain sind in der Position! Nein, endlich! Ich rieche eine Verschwörung! Wo? Wo? Los jetzt! Wo habt ihr denn gesteckt? Wir haben noch ein bisschen gespielt! Rebell, erledigt! Rebell, frei zum Anschluss! Wo, wo, wo? Verstanden! Ah, da oben! Boah, das Ding... Ja! Das Ding haut ganz schön rein, aber... ...hat kein Dauerfeuer! Ah, okay! Wie entzündet man das denn? Oh, cool! Na, fuck, fuck, fuck! Ich seh sie! Äh... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht... ...die Rebellen sind viel näher als wir! Ah, alles klar! Brennt schön! Hohohoho! So funktioniert die Waffe also! Na! Nochmal feuergefällig? Das war's! Jawoll, ja! Der hat sich aber schnell wieder gelöscht! Da hab ich doch ne zündende Idee für ihn! Der lebt auch wieder! Okay, ich glaub, das war's, oder? Was? Ja! Kabam! Wow! Wuhu! Das war wohl ein Gas-Lag! Ja! Ja, 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 ja! Welche Seite? Welche Seite? Zum Teufel steckt der! Da oben, oder? Hm. Kommt schon! Nehmen Sie die Arme! Hoch mit dir! Ich hab' ihn! Schnapp' sie, bevor sie Deckung finden! Bereits! Nehmen Sie ihn! Ja, lass sie doch kommen! Lass sie kommen! Nachladen! Schneller, schneller! Na, kommt schon! Monsieur, es sind nur noch ein paar Schritte! Na los, na los! Alles klar! Ich brauche, los! Oh, fuck! Percival! Hilf mir mit dem Regal! Was zum Teufel! Was ist das für eine Wunderdroge? Such einen Weg hier raus! Bin schon dabei! Wie schlimm ist das? Ein Lungendurchschutz! Und eine Kugel in den Magen! Was ist das? Ein Plan! Okay! Durchgestrichene Namen! Wir kommen hier raus! Wir kommen hier raus! Keine Sorge! Ich schätze, ich habe einen Ausweg! Wir haben Taffer für die Freiheit gekemmert! Alle Mann zurück! Ich zünde! Kabumm! Ob das so eine gute Idee war? Ah, okay! Es war eine gute Idee! Keiner weiter? Das spielt keine Rolle mehr, Monsieur! Er ist tot! Spalt dir das Beten, Lafayette! Es gibt keinen Gott, der ihm hilft! Los jetzt! Gehen wir! Okay, nichts wie weg hier! Ja? Wir sind nur ein paar hundert Yards entfernt! Und die verfluchten Rebellen werden uns erwarten! Egal! Wir erreichen das Hospital! Oh! Okay, ich versuche es auch mal! Zack! Wow! Wow! Ich kann mit den gleichen Waffen schießen hier! Verdammt, das war daneben! Junge, diese Waffe ist echt cool! Machen wir weiter! Wir verlieren zu viel Zeit! Ja, stimmt! Vorwärts, vorwärts! Bin oben! Ist da einer? Nein! Okay! Rüber! Unten! Was ist das? Das tut mir gar nicht leid! Hey! Leiste deinem Kumpel Gesellschaft! Windet euch auf dem Boden! Und brennt! Na! Ich muss runter! Wieso geht er nicht runter? Achso! Nein! Egal, dann gehe ich halt hier durchs Fenster! Was haben wir hier? Hier! Irgendwo Munition oder so? Sieht nicht gut aus! Doch! Granaten! Diese Rebellen haben doch überall Waffen rumliegen! Ja! Abwärts! Tolle Abkürzung! Brillant! Was jetzt? Lafayette! Monocular! Wo bleibt die Luftunterstützung? Sie stecken hinter diesen Säulen! Wir müssen jetzt vorrücken! Die Schienen haben einen Schwachpunkt! Ah! Wenn ich da raufkomme, kann ich das Ding zerstören! Egrane, Lafayette! Ihr müsst mir Feuerschutz geben! Percival, komm mit! Oh! Vorsicht! Oh! Ach, fuck! So, ein verdammter Drecksack! Hier, bitteschön! Ah! Der brennt noch immer nicht! Ja, das versuche ich ja! Boah! Ich brauche eine andere Deckung! Okay! Rücke vor! Mist! Hier komme ich nicht hoch! Wo steckt der? Hier komme ich nur da hoch! Hier! Nein! Also gut, mein Freund! Also gut! Also gut! Ach! Boah! Fress das! Ah! Es reicht, Kumpel! Zeit zu sterben! Okay, ich komme hoch! Ich komme hoch! Nichts zu sehen! Nichts zu sehen! Hilfe mal kurz! Was? Klar! Bereit! Okay! Jetzt kommen wir nach oben! Ich hole mir noch kurz ein bisschen Thermit! Danke! Danke! Gelleherd! Nimm Thermit und spreng die Brücke! Nichts leichter als das! Nur wie komme ich da hoch? Hm... Oder so? Gelleherd! Nimm das Thermit und spreng die Brücke! Hey, ich versuch's ja! Wenn ich hier irgendwie hochkomme! Vielleicht von der? Ah! Durch die Wohnung! Oh! Nun! Vielleicht mal mitnehmen! Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ah! Noch mal Thermit! Nachladen! Dann kann ich das Thermit hier mitnehmen! Sehr schön! Okay! Nimm das Thermit! Okay! Okay! Das Thermit ist platziert! Passt auf da unten! So! Was? So nah dran? Oh, das ist keine gute Idee! Oh! Das war knapp! Weiter! Knapp! Die Rebellen ziehen sich zurück! Rück mir vor! Wir nähern uns jetzt dem Ziel! Finde einen Weg zu uns! Verstanden! Ich versuch's! Was ist das? Streichhölzer! Diese Wohnungen! Hä? Wieder ein Zeitungsartikel über die Queen diesmal! Hm! Was ist das, wenn ich hier runtergehe? Na, erstmal dorthin! Hm! Ach, da bin ich hergekommen! Alles klar! Dann doch die Treppen runter! Und hoffen, dass da niemand ist! Ich glaub, den Rebellen haben wir jetzt ordentlich zugesetzt! Ah, ein kleiner Laden! Dosenfutter! Hm! Na los! Hey! Wo ist der Kommandant? Da drüben! Na los! Sergeant! Sir! Was machen die Ritter Ihrer Majestin? Warum ist das Gelände nicht gesichert? Wir haben da was gehört! Bleiben Sie besser zurück! Scheiß Sicherheit! Hast du das gehört? Wo sind die restlichen Rebellen? Ja, genau! Es ist totenstill! Da stimmt etwas nicht! Gab es was zu? Ich hab's gesehen! Was gesehen? Halbblüter! Sie kommen vom Krankenhaus! Wir müssen Sie vertreiben! Schnell! Rufen Sie's! Sentinel 5! Hier ist Galahad! Hören Sie! Unter Galahad! Hier ist Sentinel 5! Wir sind bereit! Perfekt! Sentinel 5! Wir fordern umgehend den Abwurf einer Sonarladung an! Bestätigen Einsatz einer Gartenladung! Erbitten Sichtbarke zur Ziellokalisierung! Verdammt! Wer hat einen Transmitter? Hier, Monsieur! Mein Kommunikator! Dann ich das Ding noch zu was nutze! Marke wird anvisiert! Anker wird gesetzt! Grosem Einsatz erfolgt in 5! 4! 3! 2! In Deckung! Alle Geräte aus! Das ist unser Fenster! Los! Finden Sie heraus, woher diese Biester kommen! Ich nehm die Rückseite! Monsieur! Die werden Sie brauchen! Vorsicht, meine Freunde! Immer doch, Maki! Hoffentlich funktionieren die! War das grad'n Flirt-Easy oder was? Hm. Leichen. Fängt ja gut an. Was sagt dir dein berühmter Instinkt jetzt? Schätze, wir sollten auf alles gefasst sein! Da ist doch nichts dabei! Gib's zu! Du rostest etwas ein! Beim Blute, Gottes! Was könnte hier passiert sein? Ja, was wohl? Unsere Verrückten wieder, würde ich sagen! Wer weiß, wie viele sie bei ihrer Flucht getötet haben! Sieh mal da! Was? Total zerfetzt worden! So eine wahllose Metzelei! So etwas habe ich noch nie gesehen! Ha! Ihr armer Blau wird immer schlimmer! Schauen wir uns weiter um! Überall Leichen! Vielleicht finde ich irgendwelche Hinweise! Warum machen die Lykaner das überhaupt? Warum zerreißen sie die ganzen Menschen? Weswegen? Liegt das einfach in denen ihrer Natur? Oder haben sie einfach einen Hass auf Menschen? Okay, weiter! Nur hoffen, dass jetzt keiner kommt! Was ist das? Alarm? No smoking! Moment! Noch ein Kesselraum! Hier rein! Der Ausgang ist auf der anderen Seite! Suchen wir einen anderen Weg durch! Ja! Und welchen? Also vielleicht doch hier durch? Vielleicht gibt's ja hier irgendwo einen kleinen Durchgang oder so. Oder wir nehmen den! Den ich als erstes nehmen wollte! Ich dachte, hier geht's noch unten! Aber ich habe wohl Pech gehabt! Was von raus! Was war das? Was war das? Scheiße! Feind erledigt! Oh Mann! Scheiße! Okay, okay! Wir sind durch! Das Tor ist offen! Wir können hindurch! Augen auf! Ich? Immer doch! Trotzdem frage ich mich... Wieso sind hier unverwandelt der Lykaner? Hier, durch den Kesselraum! Scheiße! Was? Fuck! Fußspuren! Wölfe! Oh, jetzt verpisst euch! Hey! Nicht so unfreundlich! Füßt mir beide! Ah Gott! Ah, Schluss jetzt! Verfluchter Mist! Ja, genau! Verfluchter Mist! Warum willst du nicht einfach sterben? Halt die Augen auf! Vielleicht sind da noch mehr! Das mit Sicherheit! Munition! Ja, damit! Ritter im Anlass! Hä? Verdammt! Wo sind die? Da lang! Oder da lang! Wo kommen die Schützer her? Der Maschinenraum! Ist voll mit denen! Zum Teufel! Ziel erledigt! Das muss gut sein! No! Verdammt nochmal! Nein, warum kann ich denn? Ja! Baby in Anlass! Der Maschinenraum! Oder da! Sch� benefited! cited zwei Rezos in Anlass! Ja!